Hallo und herzlich willkommen zurück bei Starbound. Eigentlich wollte ich ja keine Folge mehr machen, nachdem ich gelesen habe, dass der Patch jetzt kommt mit dem eventuell letzten Charakter-Wipes. Es kommt ein neues Charaktersystem. Danach kriegen wir einen Permanent-Death-Modus, also wenn ihr sterbt, wird euer Universum gelöscht und der Charakter auch. Dann gibt es einen Lose-All-On-Death-Modus. Wenn ihr sterbt, verliert ihr all euren Kram und müsst ihn wieder einsammeln, wie bei Minecraft. Finde ich persönlich eigentlich eine ganz coole Idee, zumindest das zweite. Und ja, mit dem neuen Charaktersystem, sie haben zwar noch nicht sicher gesagt, es gibt keinen Vibe mehr, aber die Wahrscheinlichkeiten stehen gut dafür, dass es der letzte Vibe wird. Ja, wie gesagt, deswegen wollte ich eigentlich keine Folge mehr machen, aber da es sich jetzt doch ein bisschen hinzieht, dachte ich, komm, schauen wir uns den dritten Sektor, den Gamma-Sektor nochmal an. Und wir sind hier auch auf einem Planeten, einem Planeten-Art. Die gibt es jetzt erst, seitdem wir hier im Gamma-Sektor sind, das ist Grasslands. Da sollen angeblich ganz schön starke Viecher sein. Die Kohle, die wir uns ja letztes Mal noch fehlte, die habe ich mal eben off-screen gefarmt. Ich habe mir gedacht, nochmal mir 20 Minuten beim Kohlefarmen zuzusehen, ist jetzt vielleicht nicht das Interessanteste. Gerade wenn man eh weiß, oh, der Charakter ist eh bald weg. Dabei ist noch ein bisschen was abgefallen. Ich konnte mir hier noch einen Helm basteln und eine Gold-Mussplatte und diesen schönen Stick habe ich mir jetzt auch mal gegönnt. Der beleuchtet halt und uns drum ein bisschen die Gegend, wenn wir buddeln. Und ich würde sagen, diese Folge schauen wir uns einfach jetzt nochmal den neuen Hauptbiom-Typ hier unten an. Ui, wir haben direkt genau die richtige Spitzhacken reparieren. Und wir werden freundlich begrüßt mit, du dreckiger Abschaum, sterb! Außerdem habe ich mich mal schlau gemacht, man kann tatsächlich Spitzhacken reparieren. Und zwar braucht man dafür keinen Diamant, den braucht man nur bei einer Diamant-Spitzhacke. Das geht nämlich auch angeblich mit Erz, genau. Ihr nehmt einfach ein Stück dazu passendes Erz, ich weiß gar nicht, ob es auch mit, ne, mit Bachen geht es nicht. Und macht einfach einen Rechtsklick drauf, dann könnt ihr das ein bisschen reparieren. Also die Spitzhacken war vorher ganz leer und jetzt haben wir wieder einen Punkt. Ja, wir haben direkt einen für drei Tempel hier gefunden. Wird also doch noch eine recht spannende Folge, glaube ich. Da wollen wir natürlich auch gleich mal eben reingucken. Oh, aber erstmal finden wir direkt auch ein neues Erz, Titanium. Da habe ich noch gar nicht geguckt, was man daraus machen kann. Aber ist bestimmt auch ganz toll. Hier ist noch ein bisschen Silber, okay, die sind böse. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Oh, wir halten auf jeden Fall ein Meer aus. Zack. So. Ich weiß gar nicht, ob ich den Hammer letztes Mal schon hatte. Auf jeden Fall, ähm... 39 DPS. Welchen Hammer? Ich habe nie einen Hammer gesehen. Oh, aber auch sehr langsam müssen wir gut beziehen. Ja, so habe ich das gern. Direkt in der ersten Truhe, eine neue Waffe. Da kann man mit arbeiten. Ähm, ja, ich würde mal sagen, ich buddel mich hier mal ein bisschen abseits in den Tempel rein. Und stocke den da mal ein bisschen. Oder hier, Splinter Cell mäßig von oben auf den Kopf. Mit unserem neuen Schwert. In der Hoffnung, dass er uns nicht mit zwei Schüssen umhaut. Ich habe keine Ahnung, wie stark die Gegner hier sind. Aber ist halt jetzt auch wieder eine Schwierigkeitskategorie höher. Darf man nicht vergessen. Aber wir sind ja mutig und haben noch 24 Bandagen. Die trauen mich nicht. Trauen mich nicht? Trauen wir doch. Sicher trauen wir uns. Das war zu schnell. Und... Ja, eine Mini-Waffe? Doch, nur für 10. Nun, dann nutzen wir die Gelegenheit und packen hier ein bisschen Geld ein. Au! Nein! Uiuiui. Okay. Das Ding schießt ziemlich schnell. Ja, es kommen übrigens auch neue Waffen. Und noch andere lustige Sachen habe ich gelesen, aber die habe ich schon wieder vergessen. Die erzähle ich euch dann aber nochmal dann, wenn der Patch dann auch da ist. Wann der genau kommt, kann ich euch leider auch nicht sagen. Aber es kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Ja, Tempelkram brauchen wir nicht. Wenn die alle hier solche Knarre haben, Knarren haben, dann wird das aber eine ganz schön harte Runde. Und viel aushalten tun die auch. Also ob wir hier so weit kommen, weiß ich gerade gar nicht. Aber ich buddle mal ganz eben hier in den Boden rein. Ich sehe da nämlich gerade Erze. Und dann kann ich euch auch mal direkt nochmal eben diese tolle Taschen- oder Rückenlampe, die wir hier haben, zeigen. Denn damit sparen wir uns eine Menge Fackel. Die nähere Umgebung sehen wir nämlich damit immer. Seht ihr so, alles so, was so ein Mining-Abstand von uns weg ist, ist gut zu sehen. Ist natürlich nicht ganz so viel Licht wie jetzt, wenn wir eine richtige Lichtquelle verwenden. Aber so, wenn man sich gerade mal nur so durchbuddelt, ist das auf jeden Fall ganz nett. Ich glaube, ich brauche erst noch eine Bandage und dann... Die Waffen sind gut, die würde ich auch haben. Vor allen Dingen scheint man damit auch... Ah ne, der wechselt Waffen, ne? Ja. Gott sei Dank machen die nicht ganz so viel Schaden. Halten aber dafür anscheinend sehr viel aus. Und drei auf einmal könnte auch hart werden. So ein bisschen dodgen. Oh. So viel zum Thema dodgen. Ja, ich nehme erst dich. Die Waffe ist zwar ganz fett im Schal, aber ist echt langsam. Da würde ich mir fast lieber was... Äh, Schnelleres wünschen. Ja, genau. Achte mal darauf, wo wir da hochkommen. Überraschung. Ah, da haben wir auch was. The Bro Blade. Ah, das klingt gut. Da gucken wir mal, was das Bro Blade macht. 42 TPS. Das ist sogar noch mehr als unser komisches, langsames Ding hier. Ist aber dafür auch nur so eine Waffe. Aber schön schnell. Die sieht besser aus. Die Dinger könnte ich eigentlich mal mitnehmen. Wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber egal. Au, 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 au. So, geh weg. Ui, hier sieht der Hintergrund auch gut aus. Meine Güte. Ah, die DPS. Ja, ich hab Dirtnibbler getötet. Und ich werd's wieder tun, wenn die auf mich schießt. Ich hab vergessen, dass die DPS ja auch die Geschwindigkeit schon mit eingerechnet. Das heißt, wir müssen hier natürlich auch wesentlich öfter mit schlagen. Aber wir können hier auch öfter mit schlagen. Lasst mich hier ruhig. Ich möchte mich mal eben heilen. Genau. Schön auf Mili-Waffen wechseln. Birdkiller haben wir auch getötet. Und dich werde ich auch noch töten. Seid ihr nicht, Vögel? Oh, der war knapp. Den Happy Fish Killer. Was haben die denn hier für Namen? Wo ist er? Sharp Planet Kisser. 56 DPS mit Feuerschaden. Ah, hier ist heute Waffentag. Was haben wir? Holy Battle Blake, 46. 55. Mit Gift, ne? Ich lass mal hier mit... Ups, Moment, nicht so viel. Yeah, eine Kriegs-Axt. Schön. Noch schöner wär's, wenn die einhändig wär. Stirb. Nicht ich, ihr. Ja, ich hab Swoop-Nibbler getötet. Lebt damit. Ihr habt zuerst geschossen. Undead Up-and-Walker. Oder Waker. 68 DPS, jetzt fallen mir aber langsam die Augen raus. Ne, Moment, das war jetzt aber die falsche. Ich, äh, mach mal hier so ein paar kleinere davon weg. 46, 55, 26. Hab ja so ne langsamer. Hm, okay. Hier kommen ganz schön viele Gegner. Ich geh mal einmal nach unten erst. Ich muss gleich auf jeden Fall auch noch mal ein paar Bandagen machen. Das hilft ja nix. Äh, machen wir direkt nochmal. 22. Wir suchen ja noch den großen Schatten. Ah, da haben wir wieder so ne... Na, du bist zu schnell, damit ich lesen kann, was du schreibst. Meine Güte. Okay. Wow, ein Hinterhalt. Da hat wer einen schönen Vogelding gebastelt. Oh Mann, ey. Hey, ich war da zum Schutz suchen. Wen haben wir? Duck Pounds haben wir getötet. Und jetzt noch Swoop Fighter. Und jetzt gehen wir selber drauf. Gott, oh 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 Gott. Haben wir da hinten, die haben wir alle gepult, glaube ich, ne? Ist ja schon schick hier mit den Köpfen. Aber inzwischen haben wir, glaube ich, auch genug hier zusammen, damit wir mal... ...einmal wieder sterben dürfen. Loot gibt's hier auf jeden Fall auch ne Menge. Da verreckt ein Viecher in Gift, da wollen wir gar nicht runter. Ich nehm hier mal die Hintertür. Wobei, die Felder sind zu hart abzubauen. Da gehen wir so rein. Müssen wir einmal heilen. So. Nehmen wir das Geld hier noch mit. Und dann gehen wir ganz... ...ganz entspannt hier Schick-McNuggets machen. Blue Stim Packs. Brauchen wir nicht... ...da hab ich immer noch keine Verwendung für gefunden. Ich hab mir auch noch nicht so ganz gut angeguckt, was es hier so gab. War's das? Hm, da, ich geh immer nach unten. Wer weiß, was wir da noch finden. Oh, schade. Direkt so eine schöne Waffe. Da muss ich ja eigentlich morgen nochmal ne Folge machen. Sonst lohnt sich das ja gar nicht. Also wie gesagt, es hieß bald... ...kein genaues Datum für den Patch. Aber es ist halt so ein bisschen demotivierend, wenn man weiß... ...ja, du bist jetzt zwar schon ganz schön weit... ...aber alles, was du jetzt noch tust, ist dann die Tage immer wieder weg. Ist ja, denke ich, für euch auch dann nicht so spannend. Ich meine, wie viel... ...mindestens das dritte Mal... ...schaut ihr mir dann beim Ufo-Tönen zu. Ich glaube sogar das vierte Mal. Ah ne, es ist erstes... ...es sogar erstes zweite Mal, ne? Ich habe zweimal gemacht, glaube ich. Und das eine Mal war ja die Aufnahme nix geworden. Läuft übrigens in letzter Zeit ganz stabil hier bei Starbound. Ist mir aufgefallen. Seit ich dieses Open GL nicht mehr benutze. Ich hoffe, das wird dann noch ein bisschen besser mit dem nächsten Patch. Aber es scheint auf jeden Fall ein großer zu werden. Da war einiges dabei, was... ...sich jetzt... Oh. Oh, oh, oh. Was ist das Helle hier? Platin, schön. Ich kriege schon bald eine neue Spitzhacke. Jetzt kann ich euch sofort nochmal zeigen... ...wie man das Ding repariert. Man nimmt diese Spitzhacke. Sieht die hier rein? Am besten auf irgendeinen Grummel, den wir nicht mehr brauchen. Da ist noch unsere Ersatzspitzhacke. Am Mondgestein muss ich behalten für den Effekt. So. Jetzt nehme ich mir das Golderz und klicke da einfach zweimal rechts drauf. Machen wir dreimal. Und schon ist das Ding wieder halb voll. Das ist praktisch. Gut, wir haben noch nichts kaputt gehabt. Also war es bisher auch noch egal. Aber... Aber... Ach doch, Moment. Ich glaube, die gehen gar nicht ganz kaputt, sondern werden einfach enorm schlecht finden. Hatte ich zumindest so den Eindruck. Kann ich mir aber auch eingebildet haben. Keine Ahnung. Ganz viel Titanium. Das scheint nicht so selten zu sein wie die Edelmetalle auf jeden Fall. Aber ich hätte ja gern auch nochmal ein bisschen Stahl. Außer man macht Duras Steel da draus. Klingt so. Also Eisen. Eigentlich nicht Stahl. Oh, wir haben schon wieder Neonmelonen gefunden hier. Njom, njom, njom. Ich dachte gerade, was sind denn das da für Flüße in der Wand? Aber es ist unsere Laterne. Ich gehe mit... Oh nein, ich bin... Ich bin nicht in die Lava gefallen. Ich bin nicht in die Lava gefallen. Ihr habt es alle gesehen. Verdammt. Grummel, die Grummel. Da war ein sehr tiefes Loch. Und Lava. Der Planet scheint nicht so groß zu sein. Wir gehen dann einfach nochmal hier außen ein bisschen rum. Hier sind auch noch Schießwütige. Ey. Im Wasser. Also mal ernsthaft. Hast du schon mal von Physik gehört? Mein Hammer funktioniert hier besser. Siehste? Demonic Battle Render. Skullslicer. Happy... Happy Shoppatron. Also allein für die Gegenstandsnamen würde ich das Spiel einfach nochmal kaufen. Holy Battle Blade. Happy Fish Killer. Na, wo ist er denn? 43 T-Best, aber einhändig. Ach, ich wollte ja jetzt mal außen rum. Ja, I kill you myself, Scum. Tötet mich. Also diese Goldrüstung hat übrigens einen deutlich höheren Rüstungswert gehabt als die alte. Hat aber den Nachteil, dass sie tatsächlich absolut überhaupt keinen Temperaturschutz hat. Was aber hier auf dem Planeten bisher, glaube ich, noch nicht so schlimm ist. Müssen wir mal abwarten. Was passiert, wenn wir nachts draußen rumläufen? Kann also sehr gut sein, dass wir dann diesmal ein bisschen mehr erfrieren als letztes Mal. Aber da unten war ich auch noch nicht drin. Ich nehme hier aber mal eben die Materialien mit. Und töte das dann noch. Töten. Zwei Schläge. Einer weniger als vorher. Gut. Oh, hier ist noch mehr Loot. Packe ich den auch noch schnell ein. Okay. Na gut, für diese Runde haben wir auf jeden Fall ein bisschen Grasslands gesehen. Wobei wir jetzt von der Oberfläche noch nicht viel mitgekriegt haben. Ich kann ja bei der Verabschiedung nochmal ganz frech hier hinlaufen. Hier sieht man übrigens auch schön über die Planeten, die es sonst noch hier im Sonnensystem gibt im Hintergrund, glaube ich. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, da mit der Sonne so. Ein schöner Hintergrund, während es langsam nachts wird. Und wir uns zur Ruhe begeben. Kann ich eigentlich nochmal eben abwarten, ob uns jetzt tatsächlich kalt wird hier. Wobei das Ganze hier bis jetzt ja noch nicht so kalt aussieht. Eigentlich noch ziemlich verkraftbar. Ei, guck mal, wir haben sogar noch einen Diamanten gefunden. Ha. Ein Reich, Reich. Wir brauchen die nochmal 100 direkt oder sowas, ne? So, es wird Nacht. Ja, wie gesagt. Sollte sich das mit dem Pet noch ziehen, mache ich gerne nochmal ein, zwei Folgen hier auf diesem Graslandplaneten. Schauen wir uns hier nochmal um. Ich denke, den dritten Boss werden wir dann nicht mehr angehen. Außer es bietet sich tatsächlich jetzt einfach an. Weil wir so viele Mats finden. Schauen wir mal, wie lange das noch dauert. Ich sage auf jeden Fall mal, bis zur nächsten Folge Starbauen. Tschüss, euer Schombok.